Guten Morgen zusammen. Ja, heute ist unser erster Seetag. Wir sind gestern ja an Bord gegangen auf dieses großartige Schiff, was richtig viele tolle Neuerungen hat. Wir waren selber ganz erstaunt, haben wirklich vieles Neues gesehen. Es ist wunderschön geworden, werdet ihr auch noch alles ein bisschen mitbekommen. Ja, an sich hatten wir schon einen ganz tollen Tag gestern. Abends gab es ein bisschen Chaos mit dem Essen. Da war wohl alles was mit den Tischen nicht richtig und hat man dann aber toll gelöst, weil dadurch konnten wir einmal in den Chops Grillen. Das ist ein Zuzahlrestaurant, was auch nicht sehr günstig ist und da durften wir dann so gesehen gratis rein. Das haben die uns dann angeboten und das war super leckeres Essen, richtig tolles Steak und tolle Beilagen. Ja, also das war richtig Hammer und jetzt werden wir den ganzen Seetag genießen. Mal gucken, wo wir schöne Liegen oder sonstiges finden, was wir sonst noch so machen. Eisskaten ist heute noch. Mal gucken. B1. Spre marked mit dem Signal. B4 B9. Sprengen. B4 B9. Sprengen including einmal für eine Fleck, von B7 B9. Sprengen. Alle 5,5 bis zum Hudkeln. B Мы bleiben leicht. B4 B9. Sprengen. B5 B9. Sprengen. B9. Sprengen. B9. Sprengen. Ihehe N изб Meat purposely gemacht. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018